So, Christian und Stefan sind gerade von ihrer ersten E-Bike-Tour zurückgekommen. Wie hat es euch gefallen? Ja, super. Das war ein unheimlich entspannendes Fahren mit dem Fahrrad und hat wirklich viel Spaß gemacht. Und das Schöne ist, man konzentriert sich nicht nur aufs Fahrrad fahren, sondern auch auf die Landschaft. Schön, perfekt. Und Dirkelchen? Ein entspannendes Fahren und es macht richtig Spaß mit dem Fahrrad. Super. Und leitet sie euch nochmals aus? Beim Haus am See in Greves Mühlen gibt es ja Elektrofahrräder. Ja, sicher. Bei gutem Wetterfahren, heute war etwas schlechtes Wetter, aber bei Sonnenschein muss das super sein. Und wir wollen das natürlich gleich nutzen. Demnächst wird ja der Radweg nach Boltenhagen feierlich eingeweiht. Und dann zum Eis erst nach Boltenhagen mit dem Erkobad. Der Rad ist doch super. Perfekt, dort könnt ihr nämlich auch Akku tauschen und dann wieder zurück. Genau. Super. Die Räder sind sehr leicht, die Räder, trotz allem. Also man kommt die Waren gut zurück. Sehr gut. Sehr schön. Dankeschön.